Intro Moin Moin Leute, mein Name ist Ree Faser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eure Free2Play Vorschläge. Wie diejenigen von euch, die mich schon länger kennen, kennen dieses Format, diejenigen von euch, die vielleicht gerade erst auf meinen Channel gestoßen sind, erkläre ich es gerne noch einmal. Bei diesem Format nehme ich immer Spiele, die ihr mir vorschlagt, gucke sie mir ein bisschen an, das heißt ich schaue, wie fängt das an, worum geht dieses Spiel und dann stelle ich sie euch einfach vor, damit ich dann vielleicht euch einfach mal ein neues Game vorstelle, was ihr noch nicht kennt. Wie gewohnt, wie könnt ihr mir Spiele vorschlagen? Nicht einfach in die Kommentare schreiben, ich habe dafür extra ein Formular angelegt, heißt unten in der Videobeschreibung findet ihr einen kleinen Link zu diesem Formular, dort könnt ihr alles eintragen. Die Liste, die ich dann ausgearbeitet bekomme von Google, gehe ich dann nach und nach durch und dann stelle ich nach und nach ein paar Games vor. Da wieder ganz wichtig, bitte, bitte schaut vorher durch die Kanalsuche, ob ich dieses Spiel, was ihr mir vorschlagen wollt, nicht bereits gezeigt habe, denn wenn ich ein Spiel schon gezeigt habe, werde ich es in diesem Format erst einmal nicht nochmal vorstellen. Und grundsätzlich, ich gebe dem Spiel immer so 1-2 Stunden Zeit mich zu überzeugen oder auch nicht, das heißt ich werde das Spiel nicht bis zum High Level spielen und es erst dann vorstellen. Das ist immer so wirklich so ein Kurzeindruck, wie sieht es aus, was hat mir daran gefallen, was hat mir nicht gefallen, würde ich es empfehlen oder nicht und daher bin ich natürlich wie gewohnt auf euch angewiesen, dass ihr unten einfach ein paar Kommentare schreibt, falls ihr das Spiel schon länger spielt, was einem dann im High Level Bereich erwartet, wie das mit den Free-to-Play-Einschränkungen aussieht, ob ihr das Spiel weiter empfehlen würdet oder nicht oder ob ich vielleicht sogar kompletten Quatsch während des ganzen Videos gesagt habe. Kann auch mal vorkommen. Also diesmal haben wir Tanki Online dabei und das Spiel ist mir vorgeschlagen worden von Dandy64, vielen ganz lieben Gruß und danke für den Vorschlag. Link zu seinem Kanal hat er leider nicht dagelassen, sonst würde es natürlich auch in der Videobeschreibung sein und der hat mir geschrieben, warum soll ich mir das Game anschauen? Cooles Game von Free-to-Play. Das war's, mehr hat er nicht geschrieben, reicht auch vollkommen und ich habe mir das natürlich angeguckt. Ihr findet auch einen Link zu Tanki Online natürlich unten in der Videobeschreibung, denn es ist auch ein Browser-Game. Bedeutet, einmal Link klicken, kurz anmelden und schon könnt ihr das ganze Spiel spielen. Baut, glaube ich, auf die Unity Engine auf, die ganz oft für Browser-Games genutzt wird und sieht dementsprechend als Browser-Game jetzt nicht Bombe aus, aber danach geht man auch nicht immer. Nicht nur die Grafik ist wichtig, sondern viel vom Gameplay und bei Tanki Online seid ihr dann mit einem kleinen, aber niedlichen Tank unterwegs und macht Deathmatch-Matches gegen andere auf verschiedenen Maps. Das Ganze klingt relativ simpel und das ist es eigentlich auch, aber es ist für mich auch wieder so ein Spiel, wo ich sage, das ist so ein geiles Game, wenn man gerade was downloadet, wenn man genug Bandbreite hat oder wenn man am Rendern ist oder irgendwie einfach so ein paar Minuten Zeit hat und kein Client-Game starten möchte, dann ist das ein ganz netzes Spiel für zwischendurch. Man geht in diesen Panzer einfach wirklich rein, bewegt den Panzer mit, ich glaube mit den Maustasten war es sogar, mit Leertaste ist Schießen und mit Y und X könnt ihr auch noch eure Türme wenden und also nach links und nach rechts ein bisschen drehen, sodass ihr euch nicht komplett mit dem ganzen Panzer drehen müsst. Und das war es eigentlich schon, viel mehr ist das nicht. Das Ganze ist aber wirklich dann ein bisschen mehr auf Action und ein bisschen mehr auf Casual ausgelegt. Heißt, auf den unterschiedlichen Maps habt ihr normalerweise auch verschiedene Ebenen, das heißt ihr könnt auch mal runterfallen und einfach stumpf auf den Kopf landen, dass es mir so oft am Anfang passiert, sodass ihr euch nicht mehr bewegen könnt und erst spawnen könnt, wenn ihr euch einen Gegner tötet. Die Maps waren relativ klein, auf denen ich unterwegs war, das heißt man kam schnell zur Action und auf den Maps spawnen dann auch immer wieder so kleine Pakete, die euch zum Beispiel mehr Schaden geben, die euch wieder heilen, die irgendwie eine Bombe auslösen und ähnliches. Also so, wie würde ich sagen, ein ganz ganz abgespecktes Mario Kart Repertoire, was man dort auch einsammeln kann, so in der Art. Sodass ihr merkt, es geht da schon ein bisschen mehr Richtung Action und kurzweiligen Spaß, als wirklich was langfristiges. Ein bisschen langfristige Motivation könnte dadurch zur Geltung kommen, dass ihr in Tanki Online auch euren Panzer auch individuell anpassen könnt. Über das Chassis, das heißt an den unteren Teil des Panzers, ob ihr da irgendwie etwas Robusteres habt, was ein bisschen langsamer ist oder etwas leichtes, was schneller ist. Ihr könnt auch die Türme durchtauschen, dass ihr von einem normalen, einkanonigen Rohr, wo ihr innerhalb von zwei Sekunden immer einen Schuss machen könnt, dann ist es ein bisschen cool da und dazwischen. Über zwei Kanonen, wo ihr wirklich dann dauerhaft Beschuss macht, dann gibt es noch Laserkanonen und irgendwelche Strahlen und Flammenwerfer und alles mögliche, verschiedene Skins für eure Panzer, so dass ihr es ein bisschen individualisieren könnt. Das gibt es alles und es ist auch relativ viel, was man dort machen kann. Ich konnte aber leider nicht genau erkennen, wie ich alles letztendlich, ob ich, oder anders, ob ich alles letztendlich freischalten kann oder ob wieder halt der nette Geldeinsatz zur Geltung kommen muss. Ich habe nicht so lange gespielt, ich glaube, Tanki Online war ungefähr eine Stunde unterwegs, haben mir das Menü so ein bisschen angeguckt, ein paar Matches gemacht, ein bisschen was aufgenommen und im Großen und Ganzen hatte ich so das Gefühl, ja, da kann man Spaß haben. Ich hatte aber auch in einigen Matches ein paar Gegner dabei, die hatten irgendwie so eine Art, ja, Laserkanone, die mich grundsätzlich mit One-Hit weggeschossen hat und ich musste die wirklich schon vier, fünfmal mit meinem einkanonigen Rohr da treffen, damit sie in die Luft gegangen sind. Das kann natürlich daran liegen, dass ich halt in etwas niedrigem Level war. Ich war irgendwie Level 1 oder 2 gerade mal und die schon wahrscheinlich relativ hoch und den Panzer schon ein bisschen ausgebaut haben. Dann aber wäre das ein Kritikpunkt, dass das Matchmaking-System nicht so gut funktioniert, dass ich dort mit irgendjemandem reinkomme, der auf meinem Level ist. Denn ich bin jemand, wenn ich solche Spiele anspiele, wo ich weiß, okay, da wirst du dich jetzt nicht ganz so stark mit befassen, da gehe ich nicht in irgendwelche Servern rein, sondern versuche immer das Matchmaking-System zu nutzen, was in den Games normalerweise vorhanden ist, weil ich davon ausgehe, dass das System so ausgeklügelt ist, dass ich dann nicht mit irgendjemandem in einen, ja, in einen Raum reingeworfen werde, sondern mit Leuten, die ungefähr auf meinem Levelstand sind. Das heißt, auf meinem Ausrüstungsstand, auf meinem Kenntnisstand und auch auf meinem Waffenstand ganz besonders, damit halt nicht Leute rumlaufen, die mich mit zwei Schüssen wegballern und das ganze Team zerstört und man steht da ganz alleine und hat überhaupt keine Chance, weil dadurch hat man natürlich immer ein mieses Gefühl und ist eher, ja, wie soll ich sagen, also kommt eher dazu, das Spiel schnell abzuschalten. Und das ist immer so ein ganz wichtiger und schwerwiegender Punkt, den ganz viele Free-to-Play-Games aktuell eigentlich falsch machen, leider, aber auch Paid-Games in der Hinsicht, nicht nur Free-to-Play-Games. Aber bei Tanki Online, muss ich sagen, war es okay. Also ich hatte ein, zwei Matches, hatte ich das Gefühl, in anderen Matches wiederum nicht. War ganz cool, aber wie ich sage, es ist eher etwas für zwischendurch, was kurzfristig ist, was Spaß machen kann. Wenn ihr so eine Art abgespeckte World of Tanks Version haben wollt, wo ihr einfach auf dem Browser einfach euch einloggen könnt und ein paar Panzer wegschießen, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Fürs langfristige Spielen und wirklich hochleveln und sammeln und total drin aufgehen, dafür ist dieses Spiel in meinen Augen nichts. Aber vielleicht ist ja einer von euch da draußen, der sagt, okay, ich spiele das schon wirklich super lange und das macht richtig Spaß und auf dem High-Level erwartet dich dies und das und du kannst auch viel, viel mehr machen. Einfach unten reinschreiben, freue ich mich drüber, wenn ich dann so kleine Ergänzungen immer zu meinen Videos bekomme. Das soll es auch schon gewesen sein. Zu Tanki Online kann ich nicht viel mehr sagen, denn viel mehr steckt da in meinen Augen nicht hinter. Es ist ein Browser-Game, es ist nett. Ihr findet den Link unten und wenn ihr spielen wollt, tut es sehr gerne. Natürlich freue ich mich, wenn ihr mir weiterhin fleißig Vorschläge zukommen lasst. Ich habe mittlerweile wirklich wieder relativ viele, das heißt, ich arbeite sie wieder ab. Link findet ihr, wie schon gesagt, unten in der Videobeschreibung. Einfach das Formular ausfüllen. Ich finde es cool, dass es so funktioniert. So kann ich ein komplettes Format nur mit euch zusammen machen. Das heißt, es sind eure Sachen, die ihr sehen wollt und mir macht es Spaß, die Spiele runterzuladen, mir die Spiele anzuschauen und dann meine Meinung oder meinen Senf dazu abzugeben. Also Leute, ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video und bis dahin. Ciao. Ich bin da mal raus. Ich bin da mal raus.